willkommen bei zur vorschau im heutigen video sehen wir uns die besten raclette test an ich habe diese liste basierend auf meiner persönlichen recherche und meinung zusammengestellt und versucht die produkte nach preis qualität langlebigkeit und mehr aufzulisten wenn du den preis sehen und mehr über diese produkte erfahren möchtest kannst du die links in der beschreibung anklicken legen wir jetzt also am besten gleich mit der gefangen auf platz nummer fünf haben wir der severin raclette grill der severin raclette grill mit natürlichem grillstein ist die perfekte lösung für gemütliche abende mit freunden der grillstein speichert die hitze so dass auf dem raclette grill leckere speisen gegrillt werden können mit einer grillfläche von 46 x 23 cm bietet der raclette grill zwei verschiedene grill möglichkeiten das raclette mit steinplatte hat antihaft beschichtete pfännchen und eine antihaft beschichtung wodurch es leicht zu reinigen ist sowohl die grillfläche als auch die steinplatte sind spülmaschinen geeignet der raclette grill mit steinplatte ist der perfekte party grill einfach die grillfläche auf die steinplatte legen mit käse belegen und erhitzen bis er geschmolzen 4 ist der wmf lono raclette der wmf lono raclette grill ist der perfekte kochbegleiter für ihre nächste dinner party die wendbare grillplatte ist beidseitig verwendbar auf der einen seite können sie fleisch grillen auf der anderen seite geschmolzenen käse oder gemüse die aluminium gussplatten sind abnehmbar und antihaft beschichtet so dass sie sich hinterher nicht um die reinigung kümmern müssen außerdem können sie die temperatur der platte über ein einfach zu bedienendes led bedienfeld von 100 grad celsius bis 250 grad celsius einstellen die raclette pfännchen werden in einem 8r set geliefert mit der wmf lono raclette grill die pfännchen sind abnehmbar und antihaft beschichtet so dass sie sie nach dem grillen einfach in die spülmaschine stellen können platz nummer drei haben wir der kusi max raclette der kusi max raclette grill mit wendeplatte ist ein multifunktionaler 1500 watt grill der schnell aufheizt und sich perfekt zum grillen von fleisch gemüse und fisch eignet die wendbare platte ermöglicht sowohl grillen als auch pfannkuchen während die antihaft beschichtete grillpfanne ein gesundes grillerlebnis ohne zusätzliches fett bietet die 8 raclette pfännchen bieten viele fantasievolle grill variationen und die stufenlose temperaturregelung ermöglicht das warmhalten von speisen bei niedrigen temperaturen der grill verfügt außerdem über einen verschließbaren deckel zur sicheren aufbewahrung und zum transport der kusi max raclette grill mit wendeplatte ist die perfekte lösung um ihre grill treu nummer zwei ist der solis kombi dieser solis kombi grill 3 in 1796 raclette grill hat einen großen klappbaren griff und ist leicht zu transportieren die grillplatte ist aus rostfreiem stahl gefertigt und heizt schnell auf außerdem ist er mit einem raclette pfännchen mit griffen ausgestattet das als fondue topf oder zum kochen von fleisch verwendet werden kann dieser solis kombi grill raclette grill wird mit allem zubehör geliefert dass sie brauchen spatel gabel zahme und spieße der solis kombi grill raclette grill wird geliefert alles zubehör dass sie brauchen spatel gabel zahme und spieße das bedeutet dass sie sofort mit dem grillen beginnen können die grillplatte ist aus rostfreiem stahl und heizt sich schnell auf schließlich die nummer eins auf unserer liste der klamer stabmixer sie suchen ein einfach zu bedienendes stabmixer set mit verschiedenen aufsätzen dann ist der 800 watt stabmixer von klamer genau das richtige mit turbo taste und stufenlosem getriebe ist dieser pürierstab perfekt zum mixen ohne großen kraftaufwand und unser service steht für 100 prozent ige zufriedenheit so können sie sicher sein dass sie die richtige wahl treffen das klamer stabmixer set ist perfekt für alle die einen einfach zu bedienenden mixer mit verschiedenen aufsätzen suchen mit der turbo taste und dem stufenlosen getriebe meistert dieser mixer jede pürieraufgabe mit leichtigkeit und unser service steht für 100 prozent ige zufriedenheit so können sie sicher sein wie immer findest du alle links zu diesen produkten in der beschreibung unten danke fürs ansehen und wenn du dieses video nützlich gefunden hast gib ihm doch ein like und teile es und vergiss auch nicht unseren kanal zu abonnieren für mehr coole videos wie dieses auch